Ja, ich mach mal weiter, weil, ja, ich hab jetzt zwei Tage nicht aufgenommen, ich nehm jetzt halt weiter auf, diesmal aber richtig, ohne die epochalen Whitefail letztes Mal. Ja, diese Prompon, du bist der Tür. Pessoal Cube is wieder ready? Ich habe das Problem mit der Maus gefixt, die zog jetzt nicht mehr so spastisch rum. Ich habe mir einfach eine neue gekauft, wo die E-Zeit wäre ja auch für generell zocken. Wir haben eine neue Maus vonnöten. Ich habe hier so ein fettes Gerät mit... Mit 5600 dpi. Die ist total geil. Jetzt zocke ich gerade auf 2000. Das ist total smooth. Die hatten eine viel bessere Abtastrate als die alte. Deshalb, die alte hatte zwar aufgekriegt, aber sie waren um die 2000. Malmöten. Das ist total geil. Naja, es ist halt viel geiler zu zocken. Und das komplette Movie mit der Maus. Oh, jetzt wieder hoch. Routing, aber in den Routerraum. Jo. Alter, das ist so ein Albtraum, ey. Gefangen mit so'n kleinen Baby-Cop im Aufzug. Ich könnte ja runterspringen. Aber... Ich werd's wohl lassen. Vielleicht gibt's bestimmt noch was zu drücken, oder? Auch nicht. So, ich bin jetzt bei... Drei. Hey. Hey, das whole Cube kam bald wieder. Vier. Ich hab's ja eigentlich alles mal durchgeladen. Naja, okay. Dann wär's mir wieder bei Shotgun. Und dann... ... 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 Ich hab schnell nachgeguckt, nochmal nach dem... Ne? Ja, auch so schon. Was ist das denn? Okay, der ist bereit. Durchgeladen, durchgeladen. Durchgeladen. Run. Uh! Use us! Shit! Oh, shit! Oh, shit! Sniff... Sl Expensiert... Na gut. Jetzt habe ich das verkackte Control Panel gewählt. Ich habe das Geld verdammt, dass ich das Geld verdammt. Ja, genau. Jetzt soll ich mal was spawnen, ey. Ach nee. Genau hier. Ja, ja, Sarge is coming for you. Das ist aber ein netter Sarge. Für mich hinkommt... Ich kenne ja die Übersetzung. Ich kenne ja definitiv, dass er nicht für mich kommt. Ich kenne ja die Übersetzung. Das ist, glaube ich, gut, dass die Tür zu ist. Wo geht's hin? ACP... Jo. Ähm. Jo. Wow. Sieht doch nett aus. Ja, äh, an alle Viewers... Ähm, Vorschläge für... ...für weitere LPs, weil das hier scheint sich ja dem... ...Ende zuzuneigen. Ich... Sorry. Mein Name. Hast du rein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die BFG. Die BFG. Er ist tot. Okay. Ich glaube... Das war's hier. Gleich mal. Was? Bin ich im Haupt-Data... Im Haupt-Daten-Komplex bei der... In meinem Server... Wie gesagt... Ich warte für dich. Warte für dich. Warte für dich. Das war's hier. Was? Warte für dich. Oh, rauskbar. Komm. Mach mich. Die BFG. Die BFG. Deadpool sind alle về Gedanken, wo dele auch entspricht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.